Herzlich Willkommen zu diesem dritten Video aus meiner Reihe Karten im Geschichtsunterricht, in dem ich dir Informationen geben möchte, wie diese Karten eingesetzt werden können und was man da beachten sollte. In unserem dritten Video geht es jetzt darum, dass Karten eine vereinfachte Darstellung der Wirklichkeit darstellen. Was heißt das konkret? Karten vernachlässigen Details. Das heißt, wenn du dir eine Karte anschaust, dann werden nicht Details dargestellt. Wenn du zum Beispiel auf einer Karte lesen kannst, zum Beispiel Linz, dann weißt du nichts, dann siehst du ein Symbol für Linz, aber du siehst nichts in der Regel über die Einwohneranzahl. Du weißt nicht, wie groß eine Stadt ist. Wenn du dir eine Karte anschaust, die das 16. Jahrhundert beschreibt und dort steht Linz, dann weißt du nicht, wie groß diese Stadt ist und wenn du eine Karte anschaust aus dem 1900, dann weißt du ebenfalls nicht, wie groß diese Stadt ist, was ihre Einwohnerzahl betrifft. Du kannst eine Veränderung durch den direkten Vergleich dieser Karten nicht so einfach entnehmen. Du würdest zusätzlich Statistiken benötigen, Angaben über die Einwohneranzahl und du weißt ebenfalls nichts über die Bauweise der Häuser. Ein Symbol für eine Stadt, wenn wir das heutige Zeit nehmen, eine Stadt wie Wien oder Berlin oder München hat dasselbe Symbol in der Darstellung in der Karte, ein Stadtsymbol. Und dasselbe Symbol wirst du dann bei einer Karte zum Beispiel auch über Indien sehen, obwohl die Bauweise in Indien, in Delhi zum Beispiel eine andere ist, als es zum Beispiel in Mitteleuropa der Fall ist. Du weißt ebenfalls nichts über die soziale Verteilung in so einer Stadt. Wie viele Reiche gibt es? Wie viele arme Menschen gibt es? Und wie schaut es aus mit der wirtschaftlichen Entwicklung? Wie stark ist diese Stadt industrialisiert? Wie viel Industrie gibt es? Das heißt, wenn du dir eine Karte anschaust, musst du immer dir denken und darauf Rücksicht nehmen, dass es hier nur eine vereinfachte Darstellung ist. Hier ein Beispiel. Ich habe hier eine Karte aus der Zeit der römischen Kaiserzeit, in der hier das Handelsnetz dargestellt wird. Genau genommen ist es der Ausschnitt aus einer Karte. Und hier steht Roma. Und man sieht dann hier dieses Symbol, da stellt hier ein Amphitheater dar. Hier gibt es ebenfalls ein solches. Hier unten ebenfalls und hier ebenfalls. Und es wird durch dieses Symbol nicht dargestellt, wie groß in den jeweiligen Städten dieses Amphitheater zum Beispiel ist. Und das bedeutet dann wiederum, dass wir die Größenvergleiche nicht wahrnehmen können. Wir können zwar vermuten, dass hier dann auf Corsica zum Beispiel so ein Zeichen fehlt, dass hier zum Beispiel so etwas nicht da war. Wir wissen jetzt nicht genau, wie groß dieses Amphitheater, wie viele Menschen da hineingehen konnten. Wenn man noch genauer in diese Stadt dann hineinschaut, dann wissen wir nur, dass es vielleicht ein Amphitheater gegeben hat. Wir wissen aber nicht, wie die Häuser damals gebaut wurden. Wie groß der Anteil jetzt war an Steinbauten zum Beispiel. In anderen Bereichen des römischen Reichs war dieser Anteil an Steinbauten wahrscheinlich geringer. Wir wissen nicht, wo die Straßen verlaufen sind. Wir wissen nicht, wie diese Stadt genau aufgebaut war. Und wie wir vorhin schon gesagt haben, wissen wir nicht zum Beispiel, wie der soziale Aufbau dieser Stadt war. Ob diese Stadt besonders mächtig war. Können wir ebenfalls daraus dann nicht ableiten. Also Karten vernachlässigen Details. Und Details können sich auch verändern. Hier haben wir ein Foto aus Rom von Colosseum um das Jahr 1858 herum. Und wir sehen, dass hier dieses Colosseum dann schon zum Teil abgetragen wurde. Das heißt, er steht nicht mehr in derselben Form da, wie wir es vermutlich dann, wenn ich davor wieder zurückgehe, auf die vorgehende, in das vorgehende Foto hineinkomme, in dieses Modell dieser Stadt zur Kaiserzeit Rom nämlich. Das war hier schon verfallen. Und auch diese Gebäude, die außen herum hier noch intakt waren, waren zu der Zeit im 1900 nicht mehr vorhanden. Die Stadt hat sich grundlegend verändert. Obwohl wir uns eine Karte anschauen würden, würde hier Rom oder Roma stehen, was die Zeit der Kaiserzeit betrifft. Aber ebenfalls natürlich dann Rom, Roma, wenn wir uns dann eine Karte anschauen aus dem, oder eine Karte anschauen, die das 19. Jahrhundert dann beschreibt. Das heißt, Details werden nicht dargestellt. Und Details, die in dieser Stadt eben vorhanden sind, wie unterschiedliche Bauweise und dergleichen, können sich dann auch natürlich verändern. Und da sollte man beim Blick auf die Karte und bei der Verwendung von Karten immer mit bedenken. Zum Schluss mein Hinweis auf verwendete Medien in diesem Video. Und du kannst dann gleich das nächste Video dir anschauen. Und da geht es dann zu Karten. Ebenfalls natürlich wieder im Geschichtsunterricht. Und da geht es zu den Arten von Karten. Also danke für die Aufmerksamkeit und auf zum nächsten Video. Ebenfalls 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 Ebenfalls